Herzlich Willkommen zum beliebtesten Quiz im deutschen Fernsehkrieg Wer kennt den Praktikanten besser? Wuhu! Mit dabei sind Arthur und Arnold! Wuhu! Das wird grandios sein, Gott. Grandios. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Praktikanten, beziehungsweise aka, er ist aufgestiegen, Maxi. Ja, er wird fünf Fakten über sich sagen. Ich und Arnold werden schätzen, das ist unser bester Freund und das ist echt hier eine Ehrensache, wer hier gewinnt und wer mehr Punkte bekommt, also dann hat er der andere weniger, logisch, gell? Der erste Verlierer bekommt die Bestrafung und die Bestrafung ist hier ein kleiner Ausschnitt. Ja Mann, ihr macht gerade gut. Also fangen wir gleich mal an nach dieser krassen Bestrafung. Hast du Muffensausen? Bisschen. Nein, ich kenne nur die Hübe gut. Ich habe zwei Hübe auf dem Rücken, Junge. Hast du schon keine Hübe auf dem Haus, das ich nicht gewinnt habe? Meine Frage ist, welches Schuljahr war mein schlechtestes, wo ich richtig verkannt habe? Achso, das Schuljahr nennen oder deine Schulnote? Schuljahr. Schuljahr. Ich glaube, du weißt es. Ich habe... Drei, zwei, eins. Was hast du? Sechs. Ich auch. Oh! Was hast du? Sechs. Jaaa! Also... Nein, Mann, das ist mein Gegner. Mit vier Jahren habe ich den einen Hausschuh in meine Fresse bekommen. Von deinem Vater, gell? Jaaa! Drei. Fünf. Fünf. Oh! Jaaa! Acht. Was? Guck, ich habe da die Acht gemacht. Ich schwör! Ich schwör! Also Leute, mit dieser Stich hier keine Acht war, Alter. Was war meine beste Note im letzten Schuljahr? Also in der neunten Klasse, Realschule, wo ich geschrieben habe. Alles zusammen, auch Teste und Arbeiten. Nein, ein Test oder eine Arbeit oder so. Einfach gemein, die besten Note, die ich bekommen habe. Alter! Ich schätze ich jetzt nicht so scheiße, ey. Drei. Drei. Eins. 1,8. 2,5. Alter, so scheiße ist der auch nicht. Alter, doch! Was hast du? Zwei plus. Jaaa! Was war scheiße, Mann? Wie viele Follower habe ich auf Instagram? Das ist ja genial. Check ihn auf Instagram aus. Link in der Beschreibung. Nein, nein, nein. Das ist ja viel zu stressig. Ich will nicht ausgepeitscht werden. Das ist krass. 1,2,1. 138. Was? Und was? 138. 138. Komm schon! 197. Jaaa! Alter! Wie viele Klimmenzüge kann ich anders machen? Nein, das ist unfair. Das ist für Sport gar nicht. Das ist mir egal. Drei, zwei, eins. 18. 13. Ich hab 18. Also Arne, das tut mir echt leid. Was? 17. Jaaa! Das geht doch nicht! Also Leute, willkommen zur Bestrafung. Nein! Oh, Kenyon! Den will keiner sehen. Alter, warte ganz kurz. Gib mir nur einen groben Schlag. Aber ganz leicht. Aber ganz leicht. Aber ganz leicht. Ah! 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 Das ist echt wie ne Peitsche. Okay, durft ich. Ah! 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 Er hat verloren! Ich bin links! Ja, ich weiß! Ich schaff das nicht! Alter! Meine Mutter guckt so und macht so... Arnold, ich will das echt nicht machen. Du nicht so! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich kann nicht da ruhig bleiben! Das war der zweite, das war meiner und das war der erste. Zeig mal deinen Arm! Überblau, Alter! Guck mal, hier ist Haut aufgerissen. Haut aufgerissen! Ganz kurz! Machen wir aber 100 Likes nochmal! Hahahaha Hahahaha